Die Leute hier, die erzählen sich gerne Geschichten. Lasst uns dankbar sein für alles, was wir haben. Geschichten über Kreaturen im Wald, die den Menschen Böses wollen. Und in einer Geschichte wollen sich die Wölfe unter die Menschen mischen. Die nennt man Wolfskinder. Die haben ganz kleine Zähne, die nie ausfallen. Jahrelange Ruhe. Die haben drei Angriffe in einem Monat. Wer immer es war, ist hier noch unterwegs. Sie stand einfach im Garten. Wir hingen gezaubert. Kommt einfach so eine Fremde über unsere Grenze. Und wer hat das Ganze Vieh gefressen? Die Leute werden sagen, dass es nicht mit rechten Dingen zugeht. Wie bist du hierher gekommen? Ich will das nicht auf meinem Hof. Wieso sagen diese Leute, dass ich Unlück bringe? Du musst uns das Kind jetzt übergeben. Sie wird ihre Milchzähne verlieren. Sie ist eine von uns. Wir können von dir weg in. Wo hin? Du bist ja ein Kloosbäckchen. Du bist ja ein Kloosbäckchen. Bis ich denn.